Ich bin Susanne Bregi, ich wollte eigentlich nie in den Finanzbereich und bin seit über 20 Jahren in dem Bereich tätig. Mit voller Begeisterung aber, seitdem ich mich ausschließlich auf Impact Investing fokussiere. Und das führe ich derzeit als Leitung Impact Investing bei Fineo durch und finde es toll. Impact Investing bedeutet, dass man fundamentale Probleme mit einem kommerziellen Geschäftsmodell lösen wird. Das führt dazu, dass neben einer finanziellen Rendite auch immer eine grüne oder soziale Rendite angestrebt wird. Dadurch, dass man immer ein finanzielles Renditestreben hat und eben auch immer einen kommerziellen Lösungsansatz hat, unterscheidet sich Impact Investing auch ganz klassisch von der Philanthropie, wo eben nicht kommerziell gelöst wird und wo auch keine finanzielle Rendite erwartet wird. Ein Beispiel, das wahrscheinlich jedem bekannt ist, sind Investitionen in Infrastrukturprojekte im Bereich erneuerbare Energien. Ihr sitzt im Zug, fahrt durch Deutschland, rechts habt ihr Windräder, links habt ihr Solarparks. Das wäre etwas, das man auch als Impact Investing bezeichnet. Denn der Investor investiert in diese Projekte, er produziert damit Strom auf eine grüne Art und Weise, die er wiederum verkauft und einspeist und verdient somit seine Rendite. Gleichzeitig erfolgt aber einfach auch eine Wirkung, die so wichtig ist und eine Wirkung, ohne die die Energiewende, die wir dringend brauchen, nicht passieren wird. Ein zweites Beispiel ist ein Krankenhaus, mit dem ich mich mal ein bisschen auseinandergesetzt habe, im ländlichen Indien, ganz weit Nordosten, wo man kaum hinkommt. Das ist ein privates Krankenhaus, das gegründet worden ist vor ein paar Jahren natürlich als Start-up, von einem Augenarzt, der sagte, ich möchte hier Dienstleistungen anbieten, die müssen bezahlt werden von den Kunden, da spricht auch immer von Kunden und nicht von Patienten, deswegen privates Krankenhaus, aber die Preise sind so niedrig bepreist, dass sich das eben auch jemand aus dem sogenannten informellen Bereich oder wie man eben auch sagt, bottom of the pyramid, also die Zielgruppe, die weniger als 2,50 Dollar Kaufkraft am Tag hat, leisten kann. Das fängt an bei Brillen, ganz normale, die fangen bei 1,50 Dollar ungefähr an preislich und das Komplexeste, was angeboten wird, ist eine graue Star-Operation, an denen man halt ansonsten erblendet. Die kostet ungefähr 36 Dollar und kann in Raten abgezahlt werden. Also ein Angebot, das es vorher in diesem ländlichen Raum nicht gab, wo die Leute keine Alternative hatten. In der Tat ist es so, dass Impact Investing vor allem für sogenannte institutionelle Investoren im Moment zur Verfügung steht. Das sind wiederum Banken, das sind Pensionskassen, das sind Versicherungen, also Leute, die das professionell machen oder für sogenannte Semiprofessionelle, das sind dann sehr oft Family Offices oder eben hochvermögende Leute, wo man davon ausgeht, dass die Erfahrung mit Investitionen haben. Es gibt aber zunehmend Initiativen, die das Ganze auch demokratisieren wollen, dass eben auch, dass man durch Bündelung von kleineren Beträgen, dass auch sogenannte Retail-Investoren in diesen Bereich rein investieren können. Da werden wir sicherlich auch noch mehr sehen die nächsten Jahre. Ansonsten bietet sich Impact Investing an für jeden Investor oder für jede Organisation, die einfach auch eine gewisse Verantwortlichkeit, eine gewisse Moral in ihre Investitionen bringen wollen. Zum Beispiel auch glaubensorientierte Organisationen, Stiftungen, aber Stiftungen sind manchmal noch ein bisschen zurückhaltend, leider. Aber im Großen und Ganzen ist es geeignet für jeden, der sagt, Investieren ja, Geld verdienen ja, aber bitte eingebettet in eine starke Verantwortung. Wirkungsmessung ist kein einfaches Thema. Es ist sicherlich nicht trivial. Es ist einfacher in den Bereichen, wo die Wirkung quantifizierbar ist, was eben sehr, sehr oft im Bereich der grünen Investments der Fall ist. Also Infrastruktur, Windkraft, Solarenergie, da kann das gemessen werden in CO2-Equivalence heißt es. Da wird dann sozusagen die Einheit an erneuerbarer Energie, die verwendet wird, gemessen mit einer entsprechenden Einheit von fossilen Energieträgern und sagt, durch diese Einheit habe ich so und so viel CO2 gespart. Komplexer wird es natürlich im sozialen Bereich, wo die Wirkung eben nicht so einfach zu quantifizieren ist. Wenn ich mir dieses private Krankenhaus im ländlichen indischen Bereich angucke, dann ist es natürlich so, dass man eine primäre Wirkung mithilfe von Proxys messen kann. Da wird dann natürlich festgehalten, wie viele Leute sind untersucht worden, wie vielen hat man eine Lesebrille verschrieben und wie viele graue Star-Operationen oder sonstige medizinische Augenbehandlungen durchgeführt worden sind. Das ist der Primäreffekt, den man messen kann. Dass es natürlich dort eine Sekundärwirkung oder sogar eine Drittwirkung gibt. Klar, ein zehnjähriges Kind, das eine Brille kriegt, besser sieht, in der Schule einfach auch besser abschneidet, das ist dann zu weit weg. Das kann man nicht mehr messen. Da gehen wir aber davon aus, dass die Wirkung irgendwo so angelegt ist, dass man weiß, es wird viel Positives auch über die Primärwirkung hinweg noch zusätzlich erreicht. Wir brauchen Impact Investing, um die großen Themen der aktuellen Zeit zu lösen. Die Philanthropie alleine wird nicht ausreichen. Wir müssen privates Kapital für Impact mobilisieren. Die Philanthropie alleine wird nicht ausreichend sein.